Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben den nächsten Talk hier im Free-Headed Monkey Village und zwar ist das Ralf Müller von der Hegen und der Martin und die stellen uns heute ihr Projekt The Nice You Reporter vor. Dazu waren sie unterwegs und jetzt sind sie nach ihrer Tour jetzt hier bei uns. Ich freue mich, dass ihr da seid. Applaus bitte. Vielen Dank. Danke, danke. Genau, das Bild. Genau. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir wollen uns heute das Projekt Nice You Reporter vorstellen. Hier hat man schon mal ein erstes Bild. Wir haben hier unsere T-Shirts an, weil wir sind nämlich Reporter und wie das dazu kam, da erzählen wir euch von. Und ein ganz kurzer Überblick, was wir euch zeigen werden. Das ist, wir haben eine Projektwoche gemacht im Januar, nee im Februar in einer Schule in Samveni, das ist in Kenia. Wir bei der Projektwoche haben 25 Kinder teilgenommen, drei Lehrer und sieben Musungus. Jetzt muss man vielleicht erstmal kurz erklären, was Musungus ist. Das ist im Suaheli ein Begriff für planlos umherirrende Weiße. Also das kommt noch aus der Zeit der Kolonialentdecker und sowas. Die werden einfach Musungus genannt und wenn man da ist, ist man einfach Musungu. Und diese Schule, wo wir waren, die hatte schon einen halbwegs gut ausgestatteten Computerraum. Das ist eine Schule und ein Waisenhaus und diese Schule hatte bisher noch kein Internet und wir haben das jetzt dauerhaft ans Internet angeschlossen. Und in den fünf Tagen, wo wir die Projektwoche gemacht haben, ist so eine Art digitale Schülerzeitung entstanden in Form eines Blogs. Das gucken wir uns auch nachher noch an. Das ist die URL, ist auch nice-view-reporter.org. Und dieser Vortrag soll vor allem dazu animieren, einfach ähnliche Sachen mal zu machen. Oder auch gerne was mit uns zusammen nochmal zu machen. Einfach machen, das ist denkbar einfach. Ganz kurz zur Agenda. Wie kam es zu der Idee? Okay, dann machen wir ein paar Zahlen und Fakten zu Kenia. Dann stellen wir ganz kurz dieses Waisenhaus und die Schule Niceview vor, die in Samveni ist. Dann unsere Projektplanung und Vorbereitung und dann die Durchführung dieser Projektwoche und die Gründung dieser Niceview Reporter. Und dann noch einen kurzen Ausblick, wie geht es weiter, weil wir nächstes Jahr dieses Projekt weiterführen wollen. Und wir haben auch genügend Zeit für Fragen. Und wenn Zwischendurchfragen sind, immer gerne schon Zwischendurchfragen. Vielleicht ganz kurz. Genau. Wir haben das gemacht als Betrieb. Wir sind FLMH, eine Werbe- und Kommunikationsagentur für Non-Profit-Organisationen. Wir haben uns 2003 gegründet, weil wir haben vorhin Agenturen gearbeitet und wollten nicht weiter Produkte verkaufen und bestimmen, für was für Kunden wir arbeiten. Wir sind 15 Leute, drei Geschäftsführer und arbeiten für Non-Profit-Organisationen, die vielleicht die Seite, vor allem viel in der Entwicklungspolitik. Für die GZ haben wir schon sehr viele Projekte gemacht und arbeiten haben aber auch zum Beispiel für das BMFSJ, also das Bundesfamilienministerium, eine Seite über geschlechtliche Vielfalt und sexuelle Vielfalt gemacht. Und betreuen Mission Lifeline zum Beispiel in der Kommunikation. Genau. Die Idee, wie ist die Idee gekommen? Ihr hattet das 2018 genau erzählt. Genau, wir haben in Kenia einen Retreat gemacht, einen Geschäftsführungsretreat und wurden eingeladen eines Abends an so einer Veranstaltung in einem Waisenhaus. Und wir sind da rumgelaufen und fanden das zum Teil ein bisschen spooky, weil in den Schlafseelen, die haben in den Nachbettzimmern so die Kids und da gibt es keine Fußballerinnen und keine Popstars an den Wänden, überhaupt nichts. Das fanden wir schon ein bisschen komisch und dann wurden wir weiter rumgeführt und dann hatten sie einen Computerraum, wo sie irgendwie spendenmäßig relativ gute Computer gespendet bekommen hatten, aber die waren alle nicht ans Internet angeschlossen. Das gab es nicht. Die Welt draußen existierte nicht. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir als Team-Building-Sache, fahren wir da alle zusammen hin und spenden das Internet und bauen das auf und versuchen auch so ein bisschen Medienschulung zu machen. Genau, dann kamen erste Bedenken. Wir sind wieder zurückgekommen aus Kenia, dachten irgendwie, wir laden euch jetzt hier alle ein, lasst uns nächstes Jahr zusammen nach Kenia fahren. Und dachten, das gibt große Begeisterung, aber... Ich war total begeistert, aber es kam halt sofort auch im Kollegium dann, ja, das klingt ja ganz gut, aber was wollen wir eigentlich genau machen und was können wir eigentlich und was wird da eigentlich gebraucht? Und dann vor allem auch, ist es nicht total überheblich, wenn wir als Busungus da nach Kenia fahren und denen was beibringen wollen? Und auch, ja, wir haben noch gar nicht die pädagogische Ausbildung dafür, um das vernünftig durchzuführen. Und natürlich auch, zu Recht, was ist eigentlich mit unserem CO2-Fußabdruck? Können wir nicht einfach hier vielleicht ein Projekt in Brandenburg machen? Das war sozusagen, nachdem die Geschäftsführung uns das vorgestellt hatte, gab es halt irgendwie zwar ein paar Leute, die waren total begeistert und dann wirklich sehr viele Bedenken. Und wir haben dann aber einfach uns an das Motto, das davor, kurz davor war diese Tuwatt-Kongress in Leipzig. Und wir haben uns einfach gesagt, komm, einfach mal machen. Und dann haben wir uns natürlich, wir hatten ein gutes Jahr oder ein Dreivierteljahr zur Vorbereitung und haben dann überlegt, was können wir eigentlich machen? Was wir auf jeden Fall schaffen, ist, diese Schule mit dem Internet zu verbinden. Punkt eins. Dann, wir sind eine Woche da auf jeden Fall. Wir können halt gemeinsam fünf Tage mit den Schülern und mit den Lehrern und Schülerinnen ein Projekt machen. Dann natürlich, was können wir machen? Einfach überhaupt das Interesse wecken und natürlich selber dabei eine Menge lernen. Also wir wussten auch noch am Anfang natürlich auch nicht genau, wie wird das sein da. Das ist ja klar. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen Blick. Wir zoomen mal. Also Kenia. Ja genau, hier ist Kenia. Ihr wisst, Afrika. Das ist echt einfach riesengroß. Also das, was Afrika ist, ist auch eben total unterschiedlich. 54 Staaten. Es gibt hier ein schönes Spiel, so ein Art Quiz, mit dem man mal sein Wissen testen kann. Und da wird einfach, wenn man das so anklickt, dann so, ja, klick mal auf Lesotho, klick mal auf Kenia. Wenn man das das erste Mal macht und hat so, sagen wir mal, 15 Prozent, da ist man schon relativ gut. Ich habe länger gebraucht, bis ich plötzlich dann jedes Land zuordnen konnte. Könnt ihr mal gerne zu Hause spielen, die URL ist eingeblendet. Dann zoomen wir ein bisschen näher ran und schauen mal, wo Kenia genau liegt, die Nachbarstaaten. Die Nachbarstaaten ist Somalia, Äthiopien, Südsudan, Uganda und Tansania. Wirklich sehr unterschiedliche Staaten. Somalia, Fair State, bekannt als Fair State. Kenia hatte lange Zeit das größte Flüchtlingslager auf der Welt. Da waren 800.000 Leute in einem Flüchtlingslager hier an der somalischen Grenze. Und inzwischen hat es auch irgendwie, ich glaube, das zweitgrößte, nachdem es im Südsudan wieder so scheiße geworden ist, gibt es hier eine 600.000-Leute-Stadt, auch mitten in der Wüste. Das ist, müsst ihr euch mal Fotos im Internet angucken, das ist krass. Genau, was auch interessant ist, also hier ist ein anderes Spiel, was man im Internet machen kann. Ich weiß nicht, ob einige das kennen, das nennt sich Citrusize. Und das ist das Phänomen, dass alle Länder, die am Äquator sind, auf unserer Weltkugel und Globus sehr klein dargestellt wird. Wenn man jetzt Kenia quasi mal auf Grünland ziehen würde, sieht man einfach die Grundfläche von Kenia, dass sie im Norden quasi drauf gemappt, deutlich größer wäre. Und hier sieht man, das ist die USA, das ist Indien und das ist China. Wir haben hier noch ein zweites Screenshot. Man sieht hier das Orange unten, das ist quasi komplett China, passt da unten in das südliche Afrika rein. Also man sieht hier quasi Indien, China und USA passen in den ganzen Kontinent rein und es ist immer noch Platz. Also das zeigt uns ein bisschen, wie unsere Weltsicht auch durch diese Mapping, der auf dem Globus einfach auch verfälscht ist. Und Kenia hat ungefähr anderthalb Mal die Fläche von Deutschland. Genau. Wir kommen mal ganz kurz zu Kenia. Das sind 51 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist inzwischen Nairobi, früher war es Mombasa. Der Staatsoberhaupt und Regierungschef ist Präsident Uhura Kenyatta. Auch schon eine, ja, sein Vater war vorher... Ja, es gab nach der Unabhängigkeit bisher drei Präsidenten, zwei trugen den Namen Kenyatta. Kenyatta kommt aus dem Volk der Kukuyos. Es ist, in Kenia ist, die Leute machen da eine Selbstethnisierung auf jeden Fall. Wenn du mit Leuten sprichst, sagen sie dir spätestens im fünften Satz, zu welchem Volk sie gehören. Und es gibt in Kenia über 60 anerkannte Sprachen, die als Verkehrssprachen da gelten. Aber die Amtssprachen sind vor allem Suaheli und Englisch. Die Kids, mit denen wir gearbeitet haben, die wachsen dreisprachig auf. Diko, das ist der lokale Dialekt, Suaheli lernen sie und in Englisch ist der Unterricht. Schon ab der ersten Klasse. Genau, dann seit 1963 ist Kenia unabhängig. Vorher war es vom Vereinigten Königreich eine Kolonie. Daher kommt auch natürlich dieses Englisch als Amtssprache auch nach wie vor. Hier sieht man jetzt mal die Bevölkerungsdichte. Genau. Hier, das ist alles so Savannengebiet. Da wohnt kaum jemand. Das ist das Rift-Delta, heißt es so. Da liegt auch Nairobi. Am Viktoriasee ist es dichter bevölkert. Und hier am Indischen Ozean mit Mombasa. Und hier unten waren wir in Mesamwene. Also quasi schon direkt an der Grenze zu Tansania. Ganz kurz nochmal. Die Entwicklung in Kenia ist wirklich ganz spannend. Das gilt auch so ein bisschen als eins der Vorzeigeländer, weil da sehr viel passiert. Vor allem auch im Bereich Digitalisierung. Hier sieht man erstmal die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts. Und man sieht halt, dass es in den letzten Jahren sehr stark hinauf geht. Und gerade auch die Armutsrate innerhalb von wenigen Jahrzehnten einfach sehr stark zurückgegangen ist. Und das liegt auch sehr stark an der Digitalisierung. Da haben wir ein ganz kurzes Video, das wir mal zeigen. Das war... Hier nochmal die Handy-Ausbreitung. Beim Internet ist es so, dass es stoppt leider. Da gibt es keine Entwicklung mehr in den letzten drei Jahren. Das hat so einen Sprung gemacht Anfang 2010 und so. Aber eben aber mit Mobilfunk passiert noch viel. Wir zahlen auch noch gleich was zur M-Pesa. Das ist eines der erfolgreichsten Bezahlsysteme. Und was man hier unten noch sieht, ist ein selbstgebauter 3D-Drucker. Das kommt aber jetzt auch gleich in dem Video drin vor. Nairobi, Kenias Hauptstadt. Modern, laut und voller Chancen. Mobilfunk und Digitalisierung treiben die Entwicklung Kenias vorwärts. Ob Bäckerei, Supermarkt oder Apotheke. Bezahlt wird in Kenia mit dem Handy. Praktisch per SMS. Wir müssen keine Banken mehr nutzen und können die Schlangen vor der Tür umgehen. Wir zahlen unsere Rechnungen mit dem Handy, müssen nicht mehr zu den Firmen hin. An jedem Kiosk kann man Bargeld als Guthaben auf das Handy laden. M-Pesa gilt als die erste Hightech-Innovation Afrikas. Das mobile Bezahlsystem hat Nachahmer auf der ganzen Welt. Hightech findet sich in Nairobi auch im Hinterhof. Mit solchen alten Motoren aus Elektroschrott baut Roy Ombatti seine 3D-Drucker. Die Bauanleitung gab es im Netz. Ich sage den Leuten immer, heutzutage kann man alles online lernen. Roy Ombatti verkauft seine selbstgebauten 3D-Drucker und produziert damit Ersatzteile, die es sonst in Kenia nicht gäbe. Dieser Prototyp zum Beispiel ist für den medizinischen Einsatz gedacht. Aus recyceltem Plastik wird in ein paar Stunden dieses Produkt. Ich ermutige die Jugendlichen, die Herausforderungen in ihrer Umgebung zu finden und sie dann zu lösen. Und diese Lösungen passen schnell für ganz Afrika. So war es auch bei dieser Firma. Ushahidi ist eine Informationsplattform, entstanden nach den kenianischen Wahlen vor elf Jahren. Als die Ergebnisse verkündet wurden, gab es Unruhen und Gewalt. Wir konnten nicht aus dem Haus und wussten nicht, was im ganzen Land passiert. Auch die Medien konnten nicht überall sein. Aus diesem Mangel an Informationen heraus entstand die Idee, eine Plattform aufzubauen, um Informationen und Ereignisse verbreiten zu können. Zum Beispiel in Kenia 2017. Hier erzählt ein Nutzer vom Einsatz von Tränengas vor seiner Haustür. Auch die Betroffenen des Erdbebens 2015 in Nepal nutzten Ushahidi. Sie konnten genau mitteilen, was sie an Unterstützung brauchten. Und Hilfsorganisationen konnten gezielt helfen. Das System ist für alle zugänglich und wird inzwischen in 160 Ländern der Welt genutzt. In Afrika suchen wir Lösungen nicht auf die klassische Art. Wir erleben die Probleme selbst. Und deshalb sind viele Lösungen, die von hier kommen, ganz nah an dem, was die Menschen wirklich brauchen. Das ist auch das Spannende in Kenia, dass die einfach gewisse Schritte mit so Kabel, Internet, wird einfach übersprungen. Dafür hat man aber, selbst in der hintersten Gegend hat man ein besseres mobiles Netz als hier in Brandenburg. Das ist wirklich ganz toll. Genau, nochmal zu M-Pesa. Das ist einfach entstanden dadurch, dass man früher bei Prepaid-Handys konnte man Telefonguthaben an seine Freunde schicken. Also wenn die kein Guthaben mehr hatten, konnte man ein Telefonguthaben schicken. Und mit dieser Technik sozusagen ist dann dieses Geldsystem entstanden, wo der große Vorteil ist, dass dann eben die Banken draußen sind und es für alle in Kiosken einfach erreichbar ist und es da einen Geldaustausch gibt. Auch Geld verschicken über lange Strecken wird da halt einfach super gut möglich. Und das geht auch mit dem Uralthandy, das Ganze läuft auch über SMS zum Beispiel, also selbst mit einem alten Nokia-Knochen kann man da per SMS quasi Geld hin und her schicken. Und das Spannende ist natürlich auch, dass dieser ganze Bankensektor dadurch einfach überhüppelt wird. 16 Millionen Buchungen am Tag wären da drüber gelaufen. Und man findet in Kenia auf dem Land auch, man muss schon meistens irgendwie wirklich einige Kilometer in eine größere Stadt fahren, um überhaupt eine Bank zu finden. Und auf die Art und Weise sind natürlich auch Geschäfte und lokale Markt... Und diese Idee, die weiten das dann immer noch aus, weil es dann eben so mit Bezahlen einfacher wird. Die haben sich gedacht, wir verkaufen darüber Solarpaneele und für einen Grundbetrag kann man sich so ein Panel holen und hat dann eine Stromversorgung einfach im Haus. Und zahlt die dann mit täglich kleinen Beträgen ab. Genau, und dazu gibt es ja noch ein Radio oder wenn man die Luxusaufstattung nimmt, da gibt man noch ein Fernseher dazu. Also es ist aber ein kleines Mini-Kraftwerk in Dörfern, wo es einfach sonst keine Möglichkeit gibt, an Strom zu kommen. Genau, jetzt tun wir noch mal ein bisschen näher ran. Wir sind jetzt schon in Quale County, das ist südlich von Mombasa. Man sieht oben ist Mombasa, ist eine große Hafenstadt. Und wir sind südlich von Mombasa, ist Msambeni, wo unser... Das ist so, dass Kenia eigentlich zu 85 Prozent christlich ist. Aber der Küstenstreifen, der ist muslimisch, weil es da früher auch das Kalifat gab, auch mit Zanzibar zusammen. Genau. Man sieht Jani Beach noch in der Mitte, das ist eigentlich so der Touristen-Hotspot in Kenia. Das ist auf halbem Weg da zwischen Mombasa und Mombasa. Jetzt eine Besonderheit in Kenia ist auch, dass das Durchschnittsalter liegt bei... Moment, genau. 18,2 Jahren. Genau. Deutschland hat 46,7 Jahre. Das Durchschnittsalter hier ist 46,7 und da ist es 18,2. Uganda hat sogar 14,2 Jahre das Durchschnittsalter. Also das ist so eine andere Gesellschaft als hier. Man sieht die Alterspyramide, die ist ja bei uns quasi eigentlich auf den Kopf gedreht. Das ist wirklich super spannend. Also in dem kleinen Dorf, wo wir waren, hat insgesamt mit ungefähr 10.000 bis 20.000 Einwohnern, da sind allein 30 Schulen. Also da kommen wir zum Schulsystem, kommen wir gleich nochmal. Das ist nämlich eine Karte zum Schulsystem. In dem Bezirk. Quale ist ein relativ armer Bezirk. Man muss dazu sagen, es gibt seit einer Verfassungsreform vor ungefähr fünf Jahren, vorher gab es sechs Bezirke und jetzt gibt es 47 Bezirke. Und Quale ist eben eins, der im Südosten. Und hier ist es allerdings relativ trocken und hier ist es eben die Küste. Und diese grünen Flächen, das sind alles die, die schon zur Secondary School gegangen sind. Also trotz überall, fast überall außer diesem wirklich sehr armen Bezirk, gehen die meisten auch auf eine Secondary School. Insgesamt ist es so, dass 86 Prozent der Kinder in Kenia beschult werden. Schule ist halt auch eine gewisse Sache. Also Schule kostet Schulgeld. Und es gibt zum Beispiel ein Projekt, vielleicht habt ihr schon mal von gehört, das ist von Facebook und auch Microsoft gesponsert. Nennt sich Bridge International Academy. Das ist quasi ein System, wo ein Lehrer morgens auf sein iPad quasi den Lehrplan oder den Stoff für den Tag bekommt. Und das dann quasi vom iPad aus den Unterricht macht. Das ist, der Vorteil quasi ist, dass es sehr günstiges Schulgeld ist und dadurch halt auch Leute ihre Kinder zur Schule schicken können, die sich sonst nicht leisten können. Die Nachteile liegen aber auch auf der Hand, wenn jetzt ein Konzern wie Google oder Facebook den Unterrichtsstoff bestimmt, ist sicherlich, ja. Genau, die Unterrichte sind total standardisiert. Der große Vorteil ist vor allem der, dass die Lehrerinnen und Lehrer sind total scheiße bezahlt da. Wir haben als Erste mit den Kids Fotos gemacht und sie gefragt, was wollen sie denn werden. Da hat niemand, aber auch wirklich niemand Lehrer oder Lehrerin gesagt, weil das irgendwie so ein ganz unterer Job ist. Und natürlich, bei so jungen Durchschnittsalter wird natürlich genau das Bildung besonders da gebraucht. Hier ist jetzt mal die Webseite von unserer Schule, die ist, glaube ich, was das angeht, eher privilegiert. Das liegt daran, dass es halt, wir kommen gleich auf die Geschichte dieser Schule, die ist halt doch stark von deutschen Spendengeldern gefördert. Und wir zeigen mal ganz gut, ja. Schwäbisch-Kenialische Familiengeschichte, das ist... Von den Schulen vielleicht auch noch, in Misanbevi, von ich glaube, es sind sogar 36 Schulen, sind es irgendwie drei staatliche Schulen oder kommunale Schulen und der Rest ist alles von irgendwelchen NGOs, religiösen Gruppen, aus Saudi-Arabien gesponderte Koranschulen. Genau, wir wollten einfach nur einen kurzen Einblick, man sieht hier so die Schule. Dieser Film, der geht insgesamt, das ist eine Doku, die geht 50 Minuten. Könnt ihr euch mal anschauen, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir werden aber ganz kurz mal zusammenfassen. Also es ist entstanden, dass diese Familie Dürre, die hat eigentlich da in Kenia Urlaub gemacht, 1997, hat dann aber direkt am Straßengraben irgendwie Waisenkinder gefunden, die teilweise schon von Moskitos zerstochen waren. Und dann haben die einfach gesagt, wir müssen hier was machen und sind tatsächlich einfach da geblieben und haben ihren Kinderdorf erst mit acht Waisenkindern geöffnet. Und das ist dann immer weiter gewachsen. Und mit diesem Waisendorf ist dann auch plötzlich eine Grundschule entstanden und eine weiterführende Schule oder jetzt inzwischen bis zum achten Schuljahr. Sie haben dann da vor Ort ein Grundstück gekauft, was inzwischen das NiceFuel2, also das ist das, wo wir waren. Dann haben sie eine Grundschule eröffnet, ein weiteres Schulgebäude mit weiteren vier Klassenräumen ausgebaut. Dann wurde sogar vor fünf Jahren ein Medical Center aufgebaut. Zu dem ganzen Komplex gehört aber auch eine Schreinerei, ein Schreibwarenladen, ein Bücherladen, Sportstätten, Schneiderei. Also im Grunde genommen ist das ein Riesending plötzlich geworden. In dem Waisenhaus sind momentan 60 Kinder und es gehen aber noch 150 zusätzlich auf diese Schule. Und ich meine, das haben die innerhalb von 22 Jahren gemacht. Die kommen aus Baden-Württemberg, relativ gut vernetzt und die machen einfach super Fundraising. Und die Kinder aus diesem Waisenhaus und aus dieser Schule gelten in dem Ort als total privilegiert, weil sie viermal am Tag was zu essen kriegen und eben gefördert werden. Das sind die Reichen da. Inzwischen ist auch Nice View gehört zu den größten Arbeitgebern dieser Region. Wir zeigen jetzt auch nochmal, das ist quasi mal ein Luftbild von Samveni, wo wir waren. Man sieht, dass es sehr zersiedelt ist. Das ist also nicht so ein Dorf, wie man das so kennt, das irgendwie alles so eine Hauptstraße, sondern das ist eigentlich, hier ist die große Straße, die von Momvasa oder Okunda nach ins tansanianischen Trenze führt. Und das ist eigentlich ein Dorf, das sehr, sehr weit versprengt ist. Kannst du nochmal kurz eine kurze Anekdote, wollte ich noch erzählen. Ihr seht hier, die wohnen, hier ist das Dorf und hier am Strand, wo es wirklich wahnsinnig schön ist. So abgefahren schön da. Aber hier wohnen nur Weiße, weil am Wasser zu wohnen nichts zählt. Da wohnen höchstens die armen Fischer, mit denen man nichts zu tun haben will. Ja, man sieht auch ganz, außen ist schon ein nice view, ganz links das Children's Village. Hier sieht man das nochmal in Großaufnahmen. Inzwischen sind das sehr viele Gebäude, die wohnen wie gesagt da, haben jetzt mehrere Schulgebäude, einen größeren Sportplatz und bauen auch selber Gemüse an. Zeigen wir auch gleich nochmal ein paar Bilder. Ich glaube, bis zu 30 Prozent der Versorgung von Essen können sie selber tragen. Und das ist halt dieser Computerraum. Den haben wir auch so vorgefunden, dass es inzwischen auch, man sieht hinten noch die Kartons. Also diese Computer werden immer wieder von irgendwelchen Firmen aus meistens Schwaben da hingeschickt. Und wie gesagt, dieser Computerraum war da und die haben da auch regelmäßig Unterricht. Aber es war bisher noch nicht ans Internet angeschlossen. Und es wird auch wahnsinnig wenig benutzt, weil die Lehrerinnen und Lehrer haben kein Wissen, wie sie das überhaupt, also ein Netzwerk aufbauen oder ein Netzwerk pflegen oder irgendwie so. Da gibt es kein Wissen drüber. Es gab irgendwie, es hat anderthalb Jahre lang einer, der auch Informatik studiert hatte, da gearbeitet. Aber seitdem der weggegangen ist, weil er eben vor allem einen super viel besser bezahlten Job gekriegt hat, gibt es da niemanden mehr, der das richtig betreuen kann. Genau. Ja, und jetzt mal eine kurze Frage. Was denkt ihr, was es ungefähr kostet, so eine Schule für ein Jahr komplett mit Internet auszustatten? Also auch mit den ganzen Gebühren und allem. Habt ihr vielleicht eine Idee, eine Zahl, wie viel Euro kostet es, eine Schule auszustatten für ein komplettes Jahr? 1.500. Ja, schon ziemlich nah dran ist es weniger als 400 Euro. Also es ist im Grunde genommen was, wo, wenn wir es alle mal zusammenlegen, können wir noch eine weitere Schule einfach ans Netz machen. Das ist wirklich ganz easy. Das Equipment, was man dafür braucht, ist im Grunde genommen auch minimal. Das ist quasi, also die Hälfte von diesem Zeug hatte ich in meinem Gepäck. Also wir haben, was weiß ich, 100 Meter LAN-Kabel, wir haben Switches, wir haben ein paar Laptops, wir haben auch viele Sachen eingesammelt. Also wir haben Leute gefragt, hey, bringt uns eure alten Smartphones und haben das quasi alles in so einem Gepäck mit rübergebracht, was auch nicht ganz so einfach ist. Also bei Kenia, wenn man jetzt zum Beispiel mehrere Laptops einführt, wollen die pro Laptop 200 Euro Einfuhrzoll haben. Also ich musste wirklich dann sagen, ja, ich brauche das alles, weil ich Programmierer bin und dann musste ich das nicht bezahlen. Ich habe auch einen Aufruf gemacht in einem Forum, das vielleicht einige hier kennen und haben dann irgendwie über die Art und Weise Smartphones bekommen. Und dann haben wir uns vorbereitet, wir haben Pläne geschmiedet. Hier sieht man so ein bisschen unseren Plan, wir haben uns natürlich überlegt, okay, wir hatten ja keine Ahnung, wie das dann da laufen wird, aber wir haben überlegt, okay, wir machen uns einen Plan, auch wenn wir damit rechnen müssen, dass wir vielleicht vor Ort wieder sehr viel improvisieren müssen. Aber wir haben uns zumindest vorgenommen, gewisse Schritte zu unterrichten, nämlich zum Beispiel, wie geht man mit den Fotos um, wie macht man eine gute Bildauswahl, wie kann man Geschichten schreiben und wie können wir das innerhalb von fünf Tagen schaffen, so einen Blog aufzubauen, wo alle auch mithelfen und das auch weiterführen können. Das war unser Plan und wir haben wirklich am Anfang gedacht, okay, wenn wir nur die Hälfte davon umsetzen können, ist es super, aber es hat erstaunlich gut funktioniert, muss man sagen. Bei der Vorbereitung hatten wir uns ein bisschen Hilfe auch geholt, bei einer Organisation, die damals noch in Berlin ihren Sitz hatte, Leapfrog. Die sind aber immer wieder nach Kenia gegangen und haben da Jugendliche das Programmieren beigebracht. Also in so Crashkursen, die teilweise ein paar Wochen gehen, aber auch haben die in verschiedenen Schulen auch Programmieren beigebracht. Und Katrin und George von Leapfrog haben uns ein bisschen bei der Vorbereitung geholfen auch. Die sind jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, nach Nairobi gezogen und haben da jetzt ihr Büro da und machen von da aus das weiter. Und wir hatten dann so quasi eine Idee, was wollen wir da machen, aber dem Ganzen fehlte noch so eine thematische Klammer. Und dann kam die Idee, dass wir sagen, okay, lasst uns einfach sagen, wir sind Reporter, dann haben wir so eine Geschichte, die man den Kindern erzählen kann. Und wir haben dann auch so Pressekarten gemacht und eben diese T-Shirts gedruckt, drucken lassen im Bombasa noch, sodass man halt so eine thematische Klammer für das Projekt hatte. Und dann sind wir auch, also das erste Team bestand aus Felix und mir. Wir sind mit der Technik quasi runtergefahren schon eine Woche vorher und haben die Infrastruktur da fortaufgebaut, was relativ einfach war. Hier sieht man auch, dass das ganze Zeug in meinem Koffer wohl schon in Tegel kontrolliert wurde. Ich habe diesen Zettel erst in Bombasa gefunden, als ich mein ganzes Zeug ausgepackt hatte, was auch ankam, aber was wohl auf dem Weg dahin mehrfach kontrolliert wurde. Aber es kam an. Dann habe ich in Bombasa noch zwei Makerspaces oder auch so ein Coworking-Space besucht, die ähnlich wie jetzt die, die wir eben im Film gesehen hatten, versuchen. Also es ist so, leider so, in Bombasa passiert nicht so viel. Also alles, was, also dieser Swahili-Box ist zum Beispiel auch eine Organisation, die Leute ausbildet, die in einem von sechs Wochen Leuten das Programmieren beibringt. Und der Ali, der mir das gezeigt hat, hat gemeint, aber in dem Moment, wo die es gelernt haben, gehen die alle nach Nairobi. Das ist so ein bisschen das Problem, dass es Braindrain nach Nairobi geht. Hier ist zum Beispiel ein Coworking-Space, der schön gelegen mit direkt Anschluss an ein Überlandkabel direkt, was direkt am Hafen da rauskommt. Die sind, da kann man auch quasi als Traveler auch vorbeigehen und da zum Beispiel auch arbeiten. Und da werden auch Kurse gemacht, die machen auch so eine Art Konferenz einmal im Jahr, ähnlich, vielleicht nicht ganz so groß wie die Republika, aber in die Richtung thematisch. Und dann gibt es halt Swahili-Box, die halt teilweise auch sehr viel basteln mit Raspberry-Pies. Das Problem ist zum Beispiel, ein Raspberry-Pie kostet hier, keine Ahnung, 30 Euro. Und wenn man es da versucht zu kaufen, das ist über 100 Euro. Also die Technik ist da extrem teuer. Das ist halt ein großes Problem, deswegen muss man halt das irgendwie versuchen, ins Land reinzubringen. Ja, wie gesagt, wir haben in Mombasa noch in der Druckerei die T-Shirts gemacht und dann ging es auch weiter. Das war, das Bild habe ich mal reingenommen, weil in ganz, gerade in Kenia und Mombasa ist natürlich der chinesische Einfluss sehr groß. Das sieht man sogar in den Autos. Das ist quasi auf der Fahrt an der Küste lang wurde dieses Bild in Navigo. Das ist eigentlich das chinesische Meer. Aber das ist einfach, so war das mit dem Auto und das hat sich auch gedreht und so weiter. Und man ist einfach quer das chinesische Meer gefahren. Und dann kamen wir da an und das ist quasi so der belebteste Ort in dem ganzen Dorf. Das ist so ein Baum, wo die Bodder-Bodder-Fahrer sind. Das sind diese Motorradfahrer. Und genau, dass man mal so ein bisschen Einblick von dem Dorf kriegt. Also das ist so quasi, es gibt so ein paar Stores, es ist so ein Hardware-Store, es gibt so kleinere Geschäfte. Aber das ist halt, die können auch mal so aussehen. Das ist halt wirklich so jetzt nicht ein Dorf mit einer Innenstadt in dem Sinne, sondern es ist eigentlich so vereinzelte Geschäfte. Und am Abend werden auch noch die Kühe am, also es ist wirklich wunderschön da und ein Traum. Also es ist wirklich indischer Ozean, wirklich wunderschön. Ja und dann habe ich hier quasi im Computerraum mehrere Tage verbracht. Im Grunde war es total easy, das Internet anzuschließen, weil SIM-Karte rein in den Router und schon läuft es. Wir haben dann quasi mit dem Kabel dann die ganzen Rechner mit einem Switch angeschlossen. Was dann allerdings kam, das war, man sieht, das ist sehr heiß da, es war durchgeschwitztes T-Shirt. Das war dann quasi der erste Rechner am Internet. Und was wir dann gemacht haben, machen mussten, diese Rechner waren natürlich niemals am Internet. Und deswegen haben wir, habe ich stundenlang die quasi die Updates installiert. Also eigentlich nur da gesessen und Knöpfe gedrückt. Und währenddessen noch den Blog vorbereitet, den wir dann in der Woche danach mit den Kids gefüllt haben. Genau und dann ging es auch los, dann kamen halt meine Kollegen alle an und wir waren zu sieben, also sieben Leute plus ein kleines Mädchen noch dabei. Und wir haben mit sieben Leuten dann diese Projektwoche gemacht. Hatten erstmal eine kurze Führung gehabt, wo wir ein paar Bilder zeigen. Das ist quasi Nice View 2, das Girls House, so sieht das aus. Sie haben quasi so einen Gemeinschaftsbereich, wo sie morgens frühstücken. Und genau, es ist alles sehr, also Dschungelbuchmotive an der Wand, teilweise, also das ist ein Klassenraum, die sind auch zur Seite offen. Hier sieht man zum Beispiel auch hinten guten Appetit. Also das ist schon diese sehr deutsche, schwäbische, kenianische Mischung. Und hier sieht man den eigenen Gemüsegarten, der wie gesagt bis zu 30% deren Ernährung sichert. Und der Sportplatz wird halt auch von Ziegen und Gänsen benutzt. Das ist eines der spannendsten Fußballspiele, die ich jemals gesehen habe. Und genau, wir haben quasi der Quartier eingezogen, haben am Abend davor noch alles zusammengesessen. Wir haben uns auch noch selber quasi abends Vorträge uns gehalten, um einfach da auch anzukommen. Und das war unser erster Schultag. Genau, wir sind, ja. Wir waren Hölle aufgeregt, wussten nicht, was uns da so wirklich erwartet. Was aber klasse war, ist, dass die Kids total viel Lust hatten. Das ist wirklich so, die wollten alles mitnehmen. Und fanden, hier haben wir dann irgendwie erstmal so die Initiationsritus mit den T-Shirts und den Presseausweisen gemacht. Und die so ein bisschen eingestimmt. Und dann, genau, wir hatten so ein paar Sachen, um erstmal zu erklären, was machen wir eigentlich hier. Und was sind eigentlich, wir haben so die Grundregeln der Reporter. What do reporters do? Okay, they take pictures, they do interviews, they write stories about what they observed. Und jetzt, das Wichtige ist, how do reporters work? They tell always the truth, they work as a team, they respect people, they think before they talk and write. Und they work fast to be the first with the story. Und dieses respect people means, und das war halt auch wichtig für unsere spätere Arbeit in dieser Woche, always ask for permission before photographing someone, wie hier auch, to listen to what others are saying. Und immer freundlich sein, to be polite, to persistence nonetheless. Und so sah das dann aus, wir hatten quasi unser, das war unsere erste Stunde, wobei das auch das einzige Mal, wo wir einen Frontalunterricht gemacht hatten. Also das sah nicht die ganze Woche so aus, das war, wir haben es so quasi gerade vorgestellt. Haben ganz kurz, genau. Wir haben erstmal so einen Einstieg gemacht irgendwie, um zu erzählen, was diskutieren wir. So eine Vorbereitung, was sind überhaupt gute Fotos? Also sowohl technisch als auch vom Motiv her. Was wirklich, wir dachten schon irgendwie, ja, es ist ein bisschen vielleicht over the top. Aber das war total super, weil es die nachher eben, wir haben die ja losgeschickt, um irgendwie dann Reportagen zu machen. Und die Diskussion darum in den Gruppen, nehmen wir jetzt das Foto oder nehmen wir das Foto? Das war so toll, die haben das so klasse gelernt und hatten dadurch dann auch was zum Diskutieren. Und total uneitel vor allem auch. Genau, dann haben wir auch zusammen mit denen erstmal überlegt, welche Themen wollen wir bearbeiten. Da kam halt am Ende so ein Cluster raus, wo wir ein paar Überthemen hatten zum Beispiel. Tatsächlich auch von denen kam, also Natur war ein wichtiger Bereich, der ganze Bereich. Was arbeiten die Leute hier eigentlich? Work and Profession, dann Tourism, Market and Business. Genau, wie funktioniert Business? Das hat sie wahnsinnig interessiert. Healthcare muss man vielleicht auch dazu sagen, dass in Samveni ist eins der größten Krankenhauser der ganzen Region. Das ist also auch der Hauptgrund, warum sehr viele Leute da immer in diesen doch kleinen Ort kommen. Und genau, wir hatten dann angefangen, wir hatten halt wie gesagt sehr viele mitgebrachte iPhones oder Smartphones, Tablets, die wir gespendet bekommen haben. Und dann ging es halt los, damit zu experimentieren, damit Fotos zu machen und dann die ersten Reportagen zu machen. Wir haben vorher noch mit allen Leuten einmal ein Foto vor so einer schwarzen Wand gemacht. Das ist später auch die Teamfotos, die man auf der Webseite sieht, wo jeder nochmal sagt, was er später mal werden möchte. Und da kommt dann so Astronaut, Doktor, Artist, es ist wirklich... Doktor, Lawyer and Businessman. Genau, das sind die raus aus der Armut so ein bisschen. Könnt ihr euch nachher auf der Webseite auch anschauen. Dann wurden halt Interviews geführt. Wir sind halt hier zum Beispiel, sehr beliebt war dann den Lehrer natürlich zu interviewen und dem mal fiese Fragen zu stellen. Sieht man hier sehr mit mehreren Mikrofonen gleich drauf. Und dann, wie gesagt, wurde Fotoauswahl gemacht. Die Geschichten wurden zusammengetragen. Das ist dann auch jetzt auf dem Blog nachzulesen. Das ist zum Beispiel eine der ersten Geschichten, ist halt einfach ein Interview mit ihrem Lehrer. Dann sind wir zum Beispiel in dem Schulgelände rumgegangen, haben da uns die Küche angeschaut, haben mit den Leuten, die da arbeiten, gesprochen. Viele von denen, die da inzwischen arbeiten, sind auch früher mal in diesem Haus, also im Waisenhaus aufgewachsen. Wir haben dann uns zum Beispiel angeschaut, diese Hühner, die da sind. Und da ist zum Beispiel auch dann eine der ersten Geschichten rausgekommen. Und Kuku Nawali heißt einfach Chicken with Rice und wie man das kocht und was man dazu braucht und so weiter. Das haben die quasi dann in dem Blog zusammengetragen. Und dann sind wir auch mal rausgegangen aus diesem Schulgelände. Und das war dann so der wirklich spannende Moment. Das war am zweiten Tag, wo wir dann wirklich mal in diesen Ort reingegangen sind. Natürlich auch war das eine Attraktion auf eine Art. Und haben dann da zum Beispiel die Matatu-Fahrer interviewt. Matatus sind diese Kleinbusse. Das ist das einzige oder eigentlich das öffentliche Verkehrsmittel. Das ist quasi... Neben den Tuk-Tuks und den Boda-Bodas. Neben den Tuk-Tuks und Boda-Bodas sind quasi diese Motorrad-Rädder. Und wir haben dann mit denen Interviews geführt. Und auch dazu dann eine Geschichte entwickelt, Transportation in Samveni. Und dann auch ein großes Thema ist da Plastikmüll. Kinia ist allerdings auch eines der ersten Länder, die zum Beispiel Plastiktüten verboten haben. Klingt jetzt erstmal ganz schön, aber wenn man im Supermarkt ist, ist trotzdem dann ganz viel immer noch eingeschweißt in irgendwelche Dreiverpackungen. Das große Krankenhaus, was da ist, was wirklich eine überregionale Bedeutung hat, das hat bis vor anderthalb Jahren die ganzen Abfälle, auch die Verbände und Spritzen einfach hinten ins Meer gekippt. Und es ist dann an den Strand wieder angeschwemmt worden. Inzwischen haben sie jetzt seit anderthalb Jahren eine Müllverbrennungsanlage da. Genau. Was das wirklich sehr viel verbessert hat. Es gibt da auch so eine Gruppe, die einmal in der Woche sogar Müll am Strand sammelt. Und da sind wir auch einmal mitgegangen und haben denen dann quasi dabei geholfen. Und hier ist natürlich auch ein schönes Beispiel, was man aus alten Flaschen machen kann. Hier dieses Haus, diese kleinen Dinge, das sind quasi alles leere Plastikflaschen. Man sieht das vielleicht hier nochmal, sieht man noch die Fanta und Koda Deckel. Und genau, das ist quasi das Haus, ist quasi aus Plastikflaschen und Putz einfach gemacht. Genau. Und das ist auch eine Story, die ihr in dem Blog nachlesen könnt. Und es war halt ein sehr, sehr reges Treiben, natürlich in diesem Computerraum. Man hat das irgendwie, glaube ich, auch gerade auf diesem Bild sieht man es sehr schön. Die sind halt wirklich teilweise am Schreiben, teilweise am Bildauswahlen machen. Und das Ganze in so einem Raum mit vielleicht 25 oder bis zu 30 Leuten bei 40 Grad. Das war eines der peinlichsten Sachen. Man will den Leuten, den Kids was erzählen. T-Shirt, klatschnass. Hose, wirklich klatschnass. Und ich zeige dann irgendwie auf den Bildschirm und mir tropft der Schweiß. Hier kommt man aus meinem Handgelenk runter. Das war mir so peinlich. Und es war halt dann auch so laut, dass wir das irgendwie dann ein bisschen aufteilen mussten, dass wir immer nur mit, wir haben eigentlich drei Gruppen gemacht und dass wir immer nur mit einer Gruppe in den Computerraum sind. Und es ist eigentlich so gut wie alles gut gelaufen. Ab und zu kam mal eine Stichflamme aus der Wand raus. Aber insgesamt hat das eigentlich alles super funktioniert. Wir sind dann zum Beispiel auch in einen anderen Raum mal rübergezogen, damit wir in Ruhe arbeiten könnten. Und hier haben wir mal versucht, Kontakt aufzunehmen zu der größten Zeitung in Nairobi. Und haben da versucht, mit einem Chatbot zu sprechen. Der war aber leider sehr dumm. Wir haben noch ein Foto geschickt. Guck mal hier, wir sind auch Reporter. Wir wollen mit einem richtigen Reporter sprechen. Und dann kamen aber irgendwie immer nur irgendwelche zufälligen Artikel. Hey, das könnte dich auch interessieren. Und spätestens bei diesem Bild haben wir dann abgebrochen. Genau. Und ja, das war das ganze Team. Wir waren dann im Grunde genommen am Donnerstag mehr oder weniger mit dem Projekt fertig. Und dann wurde noch für uns eine, ah genau, da wurde noch ein Abschluss gemacht. Und hier sieht man den Essensraum. Und die gucken jetzt alle dahinter. Weil da ist quasi gerade der Monitor, wo wir zeigen, jetzt wird die Webseite gelauncht. Und wir hatten sogar noch eine Skype-Verbindung nach Berlin gemacht, die dann sich quasi in Berlin diese Webseite anschauen. Da war der Moment, wo einfach klar war, Moment mal, das, was wir gerade geschrieben haben, ist jetzt wirklich da draußen im Internet. Genau. Und dann quasi die Webseite da präsentiert. Und dann gab es noch für alle eine Urkunde, dass sie erfolgreiche Reporter waren. Und dann hatten wir noch, haben sie für uns einen sehr, sehr schönen Abend gemacht mit Spielen. Und auch uns, die kleinen Kids haben für uns gesungen. Das sage ich ganz kurz. Dieses Lied hört man überall da. Es ist wirklich peinlich. Und wir haben es vorher noch so lustig gemacht über dieses Lied. Und plötzlich singen wir es für uns. Wir waren wirklich sehr gerührt. Und ja, es war wirklich eine ganz, ganz tolle Woche. Und ganz, ganz emotional. Am Ende haben wir noch von Ihnen, das ist wirklich eines der schönsten Brief, den ich jemals bekommen habe. We all did not know how to connect Google into our computers, but because of you we can Google freely. Das ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Genau. Und jetzt ist das Ganze natürlich, diese Woche ist verflogen, wirklich ganz schnell. Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht es weiter? Ach so, genau. Da waren wir sehr, sehr happy, als plötzlich irgendwie drei neue Artikel erstanden sind. Das war wirklich eine Sache, wo wir nicht unbedingt mit gerechnet hatten. Dass Sie halt auch wirklich selber an diesem Blog weiterschreiben. Und das sind jetzt die drei neuesten Artikel, die sind alle da jetzt im April und Mai entstanden. Und auch der Bürgermeister unterstützt dieses Projekt total, gar nicht so, wie wir dachten, irgendwie wegen der Kids oder so, sondern auch wegen der lokalen Berichterstattung. Weil es gibt da nichts, was irgendwie Lokalmeldungen und so. Und der große Traum ist so ein bisschen so, dass aus diesem Blog wirklich da irgendwie mehr entstehen kann. Genau, aber wir sind auch regelmäßig noch mit denen, machen Skype-Interviews und dann erzählen die uns auch, was sie jetzt als nächstes vorhaben zu schreiben. Und das ist wirklich auch ein weiterer Austausch. Und das ist auf jeden Fall für uns auch die Frage, wie geht es weiter? Was wir auf jeden Fall, ist klar, wir wollen das weitermachen. Ist gar keine Frage. Wir planen momentan Ende Januar wieder hinzufahren. Wir werden sicherlich auch einen Teil dieses Projektes weiterführen, aber wir denken auch darüber nach, ganz andere Sachen zu machen. Also auch vielleicht diesen Blog weiterzuführen, aber auch wirklich mehr vielleicht in Richtung Filmen zu machen. Wir haben halt gesehen, die waren an dem Computer und sofort irgendwie YouTube und haben ihre Lieblingsfußballer geguckt oder ihre Lieblingsbands. Die Lieblingsbands, und man muss dazu sagen, die hatten keinen Ton. Da waren keine Boxen dran und sie hatten keine Kopfhörer. Und trotzdem haben sie sich die Videos von ihren Bands angeguckt. Genau. Deswegen eine Idee ist jetzt irgendwie tatsächlich auch wieder mit einem Team hinzufahren und neben dem Blog tatsächlich irgendwie ein bisschen in Richtung Film zu gehen. Wir haben noch andere Ideen, vielleicht Podcast. Wir sind gerade in der Planung für das nächste Projekt. Und das ist tatsächlich auch so, dieses Projekt, was wir dieses Jahr gemacht haben, haben wir komplett quasi selber finanziert. Und wir versuchen jetzt für dieses Projekt 2020, wir brauchen ungefähr 5000 Euro, dass wir das weiterführen können. Das ist halt, wir wollen mal gucken, also mindestens mit sieben Leuten runterfahren. Wir wollen auch mehr nochmal Teach the Teachers machen, dass wir, wir haben da wahrscheinlich auch noch Unterstützung von jemandem, der mehr in Richtung Pädagogik auch, dass wir halt nicht nur mit den Kids, sondern dass wir auch speziell mit den Lehrern Workshops machen. Und wir sind, wie gesagt, gerade in der Planung, was wir genau schaffen und was wir machen können. Genau. Und so ein bisschen auffordern, wenn ihr da irgendwann mal eine Chance habt, solch ein Projekt zu machen, macht das auf jeden Fall. Das war für uns, die wir das gemacht haben, so bereichern und das mitzukriegen, was die für einen Bock haben zu lernen. Das war total flashig. Aber wenn wir da so ein bisschen wirklich was entwickeln wollen, da geht es wirklich eher darum, mit den Lehrerinnen und Lehrern zu arbeiten und denen vielleicht auch nochmal was anderes beizubringen. Und ich meine, wir mit unseren, selbst mit unseren, so einer gymnasialen Ausbildung sind so dermaßen well-educated da. Und, aber es ist eben, es verstetigt sich nur, wenn die Lehrerinnen und Lehrer besser werden. Genau. Und natürlich, wenn hier Leute zum Beispiel sind, die sagen, hey, das klingt total interessant, ich hätte noch eine Idee, könnte noch zum Beispiel beim Ausbau der Infrastruktur helfen oder auch zum Beispiel, sagen, den älteren Kids auch schon Programmieren beibringen. Wie gesagt, es gibt ja Organisationen, die das machen. Schreibt uns an. Wir haben hier unseren Kontakt noch. Und wenn ihr sagt, hey, lasst uns was gemeinsam machen, lasst uns miteinander sprechen, lasst uns überlegen und einfach machen. Tu was. Die Idee auch von der Schule ist, was sie total gut finden würde, dass, wenn dieser Computerraum gar nicht nur für die Schule ist, sondern wenn es da irgendwie sowas wie ein Hub entsteht, in dem sich Leute treffen können und daran auch, also das zu öffnen und der Bevölkerung. Wir sind auch, wie gesagt, mit einigen Organisationen auch in Kontakt, die sich auch eventuell vorstellen könnten, halt vor Ort da auch was zu machen und auch zum Beispiel, also wir hatten zum Beispiel vor allem mit zwölf- bis vierzehnjährigen Kindern zu tun und letztendlich ist es auch so, mit 14, 15 ist da die Schule vorbei. Wenn sie dann zu einer weiterführenden Schule gehen wollen, müssen sie quasi dann schon 30 Kilometer in das Nachbarort, wo auch zum Beispiel das Waisenhaus sogar eine Art WG hat und da auch dann das ermöglicht. Aber es gibt auf jeden Fall so 15-Jährige, die quasi dann am Ende ihrer Schulzeit stehen und für die wäre das natürlich Hammer, wenn die einfach programmieren lernen oder sowas da machen können. Jetzt haben wir noch eine gute fast Viertelstunde Zeit für Fragen, wenn ihr Fragen habt oder auch einfach sagt, hey, wir haben eine Idee, gerne. Mikrofon gibt es, sehe ich hier kaum noch was, also geblendet. Hey, super cooles Projekt erstmal, Martin, wir kennen uns auch persönlich, ich habe das auch schon mal gesagt, habt ihr so ein Auswertungstool entwickelt, beziehungsweise eingebracht in den Blog, dass man weiß, wie viele Benutzer auf dem Blog waren, sodass die Leute auch das sehen und so? Ich glaube, wir haben einen Pi-Weg eingerichtet, wo wir nur maximal sehen, wie viele Aufrufe das gibt oder so. Aber ehrlich gesagt, nee, also wir haben einen einfachen WordPress-Blog aufgebaut, weil wir einfach möglichst einfach da was machen wollten, was dann von denen weitergeführt werden kann. Aber eine richtige Auswertung in dem Sinne haben wir nicht, nee. Genau. Noch weitere Fragen? Wir sehen hier nichts, weil das Licht so blendet ist, deswegen müsst ihr wenden. Da ist noch eine Frage? Du hattest 15 Minuten Zeit, dir was dann auszudenken. Sonst, wenn ihr Fragen habt, wir sind ja auch hier noch eine Weile da und ihr könnt uns, also wie gesagt, wir sind total happy, wenn Leute sagen, ey, ich habe eine Idee und will da irgendwie helfen, das ist total super. Und wir sind natürlich auch happy, wenn irgendjemand einen kleinen Betrag spendet an das Projekt, dass wir das auch weiterführen können. Gut. Ja, dann vielen Dank. Ja. Applaus Ja, dann vielen Dank.